Liebe Freisinnige, ich wünsche euch allen einen schönen 1. August. Vor 175 Jahren erarbeiteten 23 radikale und liberale Kantonsvertreter die Bundesverfassung und schufen so den modernen, liberal geprägten Bundesstaat. Aus diesen liberalen Kräften ging die FDP unsere freisinnige Partei hervor. Die Bundesverfassung von 1848 markiert den Start einer Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Die Schweiz ist unsere Heimat und ein Erfolgsmodell. I valori del PLR, la libertà e la responsabilità, la coesione e l'innovazione hanno dato forma al nostro paese. Il modello di successo suizero si basa sul liberalismo. Die FDP trägt seit 1848 in allen Institutionen Verantwortung und hat unsere Willensnation wie keine andere Kraft mitgestaltet. Wir verbinden seit jeher Fortschritt mit Geschichte und Tradition. Die freisinnige Partei steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Wirtschaftsfreundlichkeit. Wir machen die Schweiz stark seit 1848. La prosperité ne tombe pas du ciel. Elle doit être acquise chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous, libéraux radicaux, nous engageons. Nous voulons une économie forte et innovante. Disassurance sociale sûre, ainsi que la sécurité est celle de l'approvisionnement pour toutes et tous. Wir nehmen Herausforderungen unserer Zeit mit Mut und Zuversicht an, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Die Krise der letzten Jahre zwingen zu mehr Realitätssinn und haben gezeigt, dass Freiheit, Gemeinsinn und Wohlstand keine Selbstverständlichkeit sind. Nous construireons une Suisse forte. Rondons la Suisse forte. Gemeinsam machen wir die Schweiz stark. Mit Menschen, die anpacken. Allen un schöner 1. August. Allen un schöner. Allen un schöner. Allen un schöner. Allen un Thumbur. Allen un妈prage. Allen un--" Allen un pater.